Musik Na komm, hoch! Nein! Komm! Lauf! Ich denke mal, noch langsamer als wohin schaffen wir es sowieso nicht. Das Ding gehört jetzt auch uns. Musik Ich meine, ich wiederhole gerade das Level. Ist absolut sinnlos, aber trotzdem. Ernsthaft? Wie komme ich da wieder hin? Da ist irgendein Secret, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie ich da... Gott! So! Musik Alles klar, noch ein Leben. Musik Jump on panel number one. Es wird dich zu Panels 2 und 3 führen. Schufe, als du auf dem Panel landest, oder sonst fallst du! Ich würde sagen, ich habe gerade erfolgreich eine wiederholt, aber wenigstens haben wir jetzt mehr Leben und mehr Ringe. Ja, nicht schlecht! Oder 3. Ich verstehe die ganze Zeit den Überblick bei den wegen der Kamera. Irgendwas kann man ja auch bestimmt machen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gehen wir doch mal hier hin. Ach, hier war ich doch vorhin schon. Okay, ich bin nur gerade aus der Kanalisation gekommen, den stört das damit nicht. Was? Ernsthaft? Alles klar. Müssen wir wieder zu Emerald Coast, oder wie? Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch vorstun kann. Wo gab's ich... Hier gab's doch auch irgendein Secret. Ah, hier geht's auch raus. Gut zu wissen. Den Teil suche ich nämlich auch schon. Irgendwas gab's hier nämlich auch. Abgesehen davon, dass man glaube ich auch ins Casino muss. Was? Oh, hallo. Oh, hallo. Du bist doch irgendwie berüchtigt. Ich hab keine Lust draus zu finden, warum, aber... was? Was? Ah, okay, mit der Kamerasteuer... ist ganz seltsam hier. Und die Kamerasteuerung ist ganz seltsam hier. Was? Was? So viel dazu. Nein. Genau, damit ich beschwerde. Doch, nein. Ich setze, das ist ein Gersel, oder? So, das ist ein Gersel. Wir werden das Gersel. Immer wieder an der Hand. Ah, hör auf da rumzuhängen. Dankeschön. Warte. Das ist Unverwundbarkeit, oder? Das ist Unverwundbarkeit. Fass des Finger live, aber echt schlecht im Leiternklettern. Und irgendwie hängen in Duschenringe. Wundervoll. Und jetzt? Shower room. Und da ist es. Ah, okay. Ja. Das heißt, ich brauche mehr Ringe. Ich brauche viel mehr Ringe. Aber da dieses Spiel offenbar kein Glücksspiel wirklich enthält. So von wegen Kinderfreundlichen und so. Oh Gott, nice. Gebt mir die Ringe. Gebt mir die Ringe. Komm. Ah, ich tausche ständig die... Das Ding ist... Kann man nach rechts ist der linke... Ding. Und umgekehrt. Ich habe gerade vergessen, die beim Viertelbart hier scheißen. Oh Gott. Hör auf. Kommt nicht... Das andere Ding. Wofür habe ich gerade die ganzen Ringe bekommen. Das wäre schön, wenn ich nicht die ganze Zeit da rein... Was? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Was? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Also, meine ich denke... Ich würde noch nicht hier. Drehling ist super, jetzt krieg ich wieder Ringe, aber Hi Nights, was tust du hier? Das ist mein Spiel Also Sonics Spiel Also Sonics Perspektive und so Nicht noch mehr, geh weg Geh weg Hör auf Ich kann das nicht mehr Ernsthaft? Das war das gesamte Level jetzt? Jetzt wiederholen wir das gesamte Level Aha Na komm, her Hier, ja, ja, komm Alle Ringe müssen mir gehören Eine effektive Möglichkeit, die einzusammeln, gibt's aber nicht, oder? Wo ist denn dieser eine Raum? Da So, wie viel brauchen wir noch? Alter, nicht so gewaltsam hier Nee, leider kommen wir noch nicht hier Ich vermute, wir brauchen so um die 500 Das heißt, noch eine Runde Beim ersten Mal ist es immer falsch, aber Wir brauchen so etwas mehr als 100 Ringe Also 150 sollten's tun Ich glaube, ich werde die 5 Jahre machen, die 5 Jahre nach Ich glaube nur, wir brauchen wieder Anspannungsgeladen Das heißt, hier ist das Das heißt, wenn wir nicht mehr als 100 Ringe Und jetzt noch ein bisschen mehr als 100 Ringe Das heißt, wenn wir nicht mehr als 100 Ringe Ach, also Wie viel Liquid Ich glaube, ich glaube nicht, dass das Wir brauchen Das ist sehr viel Wir brauchen Wir brauchen Klaas! Ja, 150. Sogar noch mehr. So, zum Raum. Nein, hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier. Also. Du gehörst mir. Endlich. Nach elf Minuten. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht.